Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die ambitionierten Ziele von Zalango, Subventionsschmerz bei Intel und einen möglichen Texas-Trick bei Bayer. Im Thema des Tages feiern wir den neuen DAX-Tausender und verraten euch die deutschen Aktien mit Nachholpotenzial. Und in der AAA-Idee geht es um Quantensprünge, die uns gesünder, reicher und klüger machen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Zschäpitz und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Dollarstag, der 14. März. Und wir wünschen euch einen launigen Start in den Tag. In Rekordlaune waren gestern die Aktienmärkte, zumindest in Deutschland, die Aktionäre. Der DAX schafft es nämlich zum ersten Mal in seiner Geschichte, über die Marke von 18.000 Punkten zu luken. Am Ende hat es dann nicht gereicht. Da standen dann noch 17.961 Punkte an der Tafel. Praktisch unverändert zum Vortag. Und seit Jahresanfang hat der Leitindex der 40 größten deutschen Börsenunternehmen damit einen Plus von 7,2 Prozent. Damit haben wir fast das ganze Jahresziel schon das Historische in drei Monaten gemacht, Eckert. So ist es. Und angeführt wurde die Gewinnerliste von Zalando, die nach überraschend positiv ausgefallenen Geschäftszahlen einen Sprung um 19 Prozent machten. Unser klares Ziel ist es, zu einem starken Wachstum zurückzukehren und unsere Margen weiter auszubauen. So hat es Zalando-Co-Chef Robert Gens formuliert. Und die Börsianer, die haben es ihm geglaubt. Zweitgrößter Gewinner war E.ON. Der Energieversorger hat ein ambitioniertes Programm zur Modernisierung des europäischen Stromnetzes vorgelegt und will außerdem kräftig expandieren. So soll das Vorsteuerergebnis EBDA bis 2028 um 7 Prozent pro Jahr zulegen. Und die Dividende, die wurde auf 53 Eurocent erhöht und soll bis 28 um möglichst 5 Prozent pro Jahr steigen. Das kam gut an. Die E.ON-Aktie wurde am Ende 6 Prozent höher notiert bei 12,56 Euro. Und der Bitcoin, der hat wieder mal ein neues Allzeithoch markiert. Diesmal über 73.000 Dollar. Und Grund waren, ja, ihr habt es schon häufiger gehört, die Zuflüsse in die US-Bitcoin-ETFs. Die haben nämlich einen neuen Tagesrekord erzielt. Mehr als eine Milliarde Dollar verzeichnen die zehn ETF-Anbieter in Amerika. Und wenn ihr euch jetzt hier fragt, warum eigentlich der Bitcoin Tag für Tag neue Rekorde bricht, dann ist die Erklärung eigentlich ganz simpel. Es gibt schlicht mehr Nachfrage nach den digitalen Münzen als es ein Angebot an digitalen Münzen gibt. Derzeit werden von den neuen ETFs im Schnitt rund 35.000 Bitcoin die Woche nachgefragt. Aber es werden nur 6.300 Bitcoin jeden Tag frisch geschaffen, also gemeint. Und die Differenz aus Angebot und Nachfrage, die erklärt diesen krassen Kursanstieg auf über 73.000 Dollar. Ja, und die amerikanischen Märkte, die legten nach den Rekorden der Vortage einen Konsolidierungstag hin. Der S&P 500, der verlor 0,2 Prozent. Der Nasdaq 100, 0,8 Prozent. Und er steht jetzt ähnlich wie der DAX bei 18.000 Punkten. Das kann man sich gut merken. Unter den Verlierern war Tesla mit einem Minus von 4,5 Prozent. Grund ist dafür ein negativer Analystenkommentar, der war wirklich sehr negativ. Wells Fargo hält Tesla für ein Wachstumsunternehmen ohne Wachstum. Aua, das hat gesessen. Und Wells Fargo-Analyst Colin Langen, der stufte die Aktie prompt auf Sell herab. Langen erwartet, dass die Verkaufszahlen von Tesla in diesem Jahr stagnieren und im Jahr 2025 sinken werden. Intel verbilligte sich um 4,4 Prozent. Die US-Regierung hat Pläne für die milliardenschweren Subventionen an den Chip-Hersteller zurückgezogen. PayPal dagegen legten 4 Prozent zu. Da wurde eine neue Strategie verkündet. Unter anderem eine Offline-Präsenz verbessert. Und dann gab es noch Rumble. Die haben ja schon am Dienstag 13 Prozent zugelegt. Da ging es am Mittwoch weitere 8 Prozent nach oben. Und das konservative Videonetzwerk, das von Peter Thiel unterstützt wird, hat angeblich Interesse an den US-Aktivitäten von TikTok angemeldet. Sollte ByteDance die Beteiligung abgeben müssen? Ihr habt ja darüber berichtet, lieber Eckert. Und am Mittwoch hat das Repräsentantenhaus schon mal für ein Verbot in den USA gestimmt. Sollte TikTok nicht vom chinesischen Mutterhaus ByteDance abgekoppelt werden? Denn, dass jetzt Rumble überhaupt nicht profitabel ist und lediglich 267 Millionen auf der hohen Kante hat, das störte irgendwie niemanden. Die dachten vielleicht, Peter Thiel, der hat so viel Geld. Vielleicht legt er was dazu. Und dann klappt das. Kommen wir zu Bayer. Bayer erweckt angeblich ein umstrittenes juristisches Manöver. Also ein Kniff, um sich diese lästigen Glyphosat-Klagen vom Hals zu halten. Das meldete am Abend der Finanzdienst Bloomberg. Die Texas Two-Step-Insolvenz ermöglicht es Unternehmen, ihre Aktiva und Passiva in getrennte Einheiten aufzuteilen und dann mit den Verbindlichkeiten belastete Einheiten in den Konkurs zu schicken, um einen globalen Vergleich herbeizuführen. Auf diese Weise könnte Bayer versuchen, Zehntausende von US-Klagen gegen den Unkrautvernichter-Roundup endlich zu lösen. Uff, ob das mal klappt, ich weiß nicht. Aber lieber Chabitz, machst du die Termine? Ja, das haben wir schon andere versucht. Johnson & Johnson und 3M und bei denen hat das nicht geklappt. Deswegen hat die Aktie auch nur kurzzeitig mal kurz gezuckt und dann passierte nichts. Ich mache Termine. Es gibt eigentlich Zahlen von vielen Unternehmen, aber die vorläufigen kennen wir eigentlich schon weitgehend. RWE mit Jahresbericht, Vitesco, Rheinmetall, K plus S, Lanxess, Herpag-Leut, deutsche Familienversicherung. In Europa gibt es noch Verbund aus Österreich, ein RTL Group und an der Wall Street, Adobe und Getty Images. Und dann noch für Freunde das Geschäftsbericht, das gepflegte Deutsche Bank, da kann man wieder vorlesen, wie viele Millionäre es bei der Deutschen Bank gibt und wie das Management vergütet worden ist. Das kann man an diesen Geschäftsberichten nehmen. Dann gibt es noch einen Geschäftsbericht von der DWS Group, von Münchner Rück und von TeamViewer und Schrott Pharma hat Hauptversammlung. Das Thema des Tages. Wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, der DAX hat ein neues Allzeithoch erreicht. Und optisch ist das wichtigste deutsche Börsenbarometer mit 18.000 Punkten jetzt teuer. Wobei wir ja auch wissen, dass die Bewertung gemessen an den Unternehmensgewinn noch längst nicht exorbitant hoch ist. Und dennoch lassen so hohe Indexrekordstände, die von einigen wenigen Titeln getrieben werden, die Frage aufkommen, ob es am Markt nicht möglicherweise Aktien gibt, die noch Aufholpotenzial haben. Da reden wir also nicht ganz gezielt von den Zugpferden, die wir derzeit sehen, wie SAP, Münchner Rück oder Mercedes-Benz, die auch in diesem Jahr deutlich ein Plus sind, sondern von den Nachzügleraktien. Ja, und wie erkennt man jetzt solche Aktien mit Aufholpotenzial? Jedenfalls nicht, indem man nur den Abstand zum jeweiligen Höchststand misst. So einfach funktioniert das leider nicht. Wir haben das Bloomberg Terminal mal auf die Analysten-Einschätzung eingesetzt und uns die zu den größten deutschen Börsenunternehmen genau angeschaut. Analysten sind ja auch nicht ganz dumm und haben als Branchenexperten tiefere Einblicke. Und was möglich ist, hat ja gestern die Aktie von Zalando gezeigt, binnen weniger Minuten ging es da fast um ein Fünftel nach oben, weil laut Management das E-Commerce-Geschäft jetzt wieder an Dynamik gewinnen soll und die Margen steigen. So kann es auch bei anderen Aktien zu einem plötzlichen Kurssprung kommen, wenn denn sich das Nachholpotenzial dann offenbart. Und geht es nach den Experten, die halt das Aufholpotenzial einschätzen, bergen nicht zuletzt Firmen aus dem Bereich erneuerbare Energien Chancen für Anleger. Manche dieser grünen Aktien schreiben Analysten einen fairen Wert zu, der mehr als zwei Drittel über dem aktuellen Kurs rangiert. So ist das zum Beispiel beim Windparkbetreiber P&E. Da beträgt das rechnerische Kurspotenzial laut Bloomberg-Analysten-Konsens 78 Prozent. Und ich lege hier noch einen Druff, lieber Eckert. Bei Energiekontoren nämlich, das ist so ein Entwickler von Wind- und Solarparks, ist das Potenzial nach Einschätzung der Experten nämlich 85 Prozent. Und dem Windturbinenhersteller Nordex, dem trauen die Analysten nach einer langen Durststrecke bei der Profilabilität auch deutliche Besserung zu. Und zwar noch ein Kursaufschwung von 30 Prozent innerhalb der nächsten zwölf Monate. Vor allen Dingen im vergangenen Jahr waren grüne Aktien große Wertvernichter gewesen. Analysten sagen jetzt aber eine Trendwende voraus. Zum einen, weil sich die Preise für die Rohstoffe entspannen und zum anderen, weil es mit den Zinsen demnächst auch nach unten geht und damit auch die Finanzierungskosten sinken dürften. Das hat schon angefangen. Und so konnte Nordex zuletzt den ersten Quartalsgewinns seit dem Jahr 2020 verkünden. Und für Aufwertungspotenzial spricht auch, dass bald ein Fusions- oder Übernahmereige losgehen könnte. Der Finanzinvestor KKR hat bereits ein Übernahmeangebot für den Wind- und Solarparkbetreiber in Carves abbegeben. Und die Profis von KKR, die erkennen in der Branche offenbar ungenutzte Renditechancen. Und Entspannung bei Kosten und Hoffnung auf bessere Margen erklärt auch, warum die Profis dem grün gewendeten Versorger RWE noch einiges zutrauen, nämlich ein Kursplus von 50 Prozent. Ja, und in eine ähnliche Kategorie fallen Tech-Unternehmen, die nach dem Ende des Corona-Booms in Ungnade gefallen waren. Lange Zeit und teilweise auch jetzt noch wurden die Produkte und Geschäftsmodelle dieser Unternehmen besonders kritisch beäugt. Wobei, jetzt steht ein Comeback möglicherweise unmittelbar bevor. Nicht nur bei Zalando, auch beim Essenslieferdienst Delivery Hero haben ja zuletzt die Quartalszahlen gezeigt, dass die Hoffnung wächst. Und Delivery Hero trauen die Profis 63 Prozent Potenzial zu. Für Fantasie sorgt die mögliche Belebung des privaten Konsums. Und die gibt eben auch anderen konsumnahen Aktien Aufholpotenzial. Zum Beispiel Hugo Boss. Die waren ja in der vergangenen Woche für einen schwachen Ausblick regelrecht abgestraft worden. Nach Ansicht der Analysten hat das Mode-Unternehmen unter ihrem CEO Daniel Grieder weiter das Zeug aufzutrumpfen. Analysten trauen der Boss-Aktie gut 30 Prozent zu. Ja, auch eine ehemalige Internet-Ikone findet sich auf der Liste der deutschen Potenzial-Aktien, nämlich United Internet. Das Gros der Analysten hält die Firma für deutlich unterbewertet. Im Schnitt müsste das United-Papier ein knappes Drittel höher stehen, sagen sie. Die Muttergesellschaft von 1&1, GMX, Web.de und IONOS hat Beteiligungen an Wachstumsbranchen, in denen Konsolidierungs- und KI-Fantasie keimen könnte. Und dann gibt es natürlich noch die klassischen Trendwende-Aktien. Die finden auch das Wohlwolle der Analysten. Dazu zählt etwa der Gesundheitsriese Fresenius und der Wohnungskonzern Vonovia. Nach Jahren mit stetigem Wachstum waren ja beide Unternehmen in die Krise geraten. Fresenius hat sogar die Dividende gestrichen. Und nach einem radikalen Umbau sehen Analysten jetzt für Fresenius 52 Prozent Kurspotenzial. Und bei Vonovia, ja, da hatten hohe Zinsen die Schuldentragfähigkeit, wie soll ich es mal sagen, strapaziert. Aber nach Wohnungsverkäufen und vor allen Dingen auch nach einer Entspannung an der Zinsfront scheint das Tal der Tränen durchschritten. Auch Sixt wird eine Trendwende zugetraut. Der Autovermitter, der hatte ja zuletzt unter den hohen Abschreibungen auf Elektroautos zu leiden. Doch dank Bahn- und Flugstreiks läuft es derzeit wieder rund. Nicht nur Geschäftsreisende steigen verstärkt auf Mietwagen um. Analysten halten 39 Prozent Zuwachs bei Sixt für möglich. Die AAA-Idee des Tages Wir reden ja hier fast täglich über Künstliche Intelligenz. Und ein Begriff, der fällt da immer mal wieder sporadisch. Quantencomputing. Im Gespräch mit Vasili Papas war da etwa das Risiko für den Chip-Hersteller. Nvidia war da die Rede. Sollten plötzlich Quantencomputer das Rückgrat der KI-Infrastruktur bilden? Oder aber auch Silicon Valley-Investor Thomas Rappold, den wir auch hier bei einer Samstagsfolge halten, der hält sogar Quantencomputer für das nächste große Tech-Ding. Doch bisher ist der Jet-GPT-Moment ausgeblieben. Es wurden zwar Milliarden investiert, weil keiner das nächste große Ding verpassen will. Aber die Sachen, die Quantencomputer derzeit erledigen, die lassen sich auch von klassischen Computern machen. Für größere Aufgaben gibt es noch verschiedene technische Herausforderungen, darunter die Fehlerkorrektur, Skalierbarkeit und auch die Hardware-Entwicklung. Wir wollen euch hier in der AAA-Idee verraten, was von Quantencomputing zu halten ist und wie ihr am besten investiert. Vielleicht erst mal die Frage, was denn diese Superdinger, diese Quantencomputer wirklich können. Sie sollen 150 Mal schneller sein als klassische Supercomputer. Und jetzt werden wir mal ein bisschen nerdig und erklären mal, wie das denn passieren soll. Und die höhere Geschwindigkeit liegt daran, dass bei den bisherigen Computern die kleinste elektronische Speichereinheit das Bit ist. Und das kann nur den Wert 1 oder den Wert 0 annehmen. Quantencomputer arbeiten dagegen mit Qubits, die beides gleichzeitig sein können. Und Rechenoperationen müssen deshalb nicht mehr nacheinander, sondern können zeitgleich ausgeführt werden. Und dadurch steigt die Menge der Informationen, die Quantencomputer verarbeiten können, exponentiell. Prinzipiell ist diese Technik also deutlich leistungsfähiger als die Computertechnologie, die wir bisher so kennen. Vor allen Dingen bei Simulationen sollen Quantencomputer eingesetzt werden oder auch in der Verschlüsselungstechnik. Ein Anwendungsgebiet ist der Flugzeugbau oder auch die Medizin. Auch KI könnte revolutioniert werden. IBM will in diesem Jahr ein Rechenzentrum in Betrieb nehmen mit mehreren IBM-Quantencomputersystemen mit Quantenprozessoren. Noch gibt es vor allem aber große Pläne, aber noch nichts Konkretes, wie das funktioniert. Und es ist so ein Rennen zwischen verschiedenen Anbietern ausgebrochen, wer denn zuerst jetzt wirklich einen richtig fetten Quantencomputer hinstellt und das sinnvoll kommerziell dann auch genutzt werden kann, dieser Rechner. Und die britische Barclays, die verfolgt einen ganz eigenen Ansatz mit Quantencomputing. Sie meint, Anleger sollten ein kleines Engagement mal im Sektor für den Fall eingehen, dass eben der Jet-GPT-Moment wirklich irgendwann auch für Quantencomputing kommt. Sechs börsennotierte Firmen rangeln um die Pole Position. Das sind IBM und Alphabet, die beide schon ziemlich weit auf dem Gebiet sind. Aber auch Hewlett Packard Enterprise mischt mit, wie wir von unserem Lieblingshörer Georg erfahren haben. Hewlett Packard Enterprise hat sich mit NVIDIA zusammengetan und versucht, auf dem Gebiet deutlich voranzukommen. Wer sich das mal angucken will, sollte unbedingt mal den HPE, das ist die Abkürzung für Hewlett Packard Enterprise, Kirk Bresniker ankommt. Das ist wirklich so ein Genie auf diesem Gebiet. Und er hat kürzlich mal bei LinkedIn das Problem geschildert, vor dem die Hersteller nämlich stehen. Und er sagte, das beste Werkzeug für die Entwicklung eines Quantencomputers ist ein weiterer Quantencomputer. Um diese Sackgasse zu durchbrechen, müssen wir die Leistung der leistungsstärksten klassischen Supercomputer nutzen, um Quantengeräte zu entwerfen und zu simulieren. Und deshalb auch die Zusammenarbeit mit NVIDIA. Ja, und es gibt drei Startups, die da auch mitmischen. IonQ heißt eins, Rigetti Computing und D-Wave Quantum. Das sind wirklich hochspekulative Firmen, muss man sagen. Investments sind hier zu betrachten wie Venture Capital. Alle drei schreiben bisher hohe Verluste. Und heute werden wir ein bisschen was erfahren bei Rigetti. Die legen nämlich Zahlen vor. Zuletzt ist die Aktie angesprungen. Aber klar, das ist etwas für Leute, die Hopp oder Topp wollen. Und wer keine Lust auf so Einzelinvestments hat, kann sich auch so ein Fontobel-Zertifikat auf den Solactive Quantum Computing Index zulegen. Aber das enthält 20 Titel, die teilweise nur sehr peripher damit zu tun haben. Und da hat man eher andere Investments. Enthalten sind etwa potenzielle Profiteure wie Johnson & Johnson, Merck, Roche oder Airbus. Da wird nicht verboten, dass die von anderen Faktoren mehr getrieben werden als jetzt von Quantencomputing. Von den reinen Quantencomputerfirmen findet sich nur IonQ wieder und natürlich auch Alphabet oder IBM. Und wer sich noch weitere Ideen holen möchte, der kann sich einfach mal den Defiance Quantum ETF anschauen. Der ist zwar leider hierzulande nicht gehandelt, aber da gibt es halt ganz viele Titel drin und auch kleinere und auch spekulativere Werte. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schreibt uns eine Mail an AAA-at-welt.de, also aaa-at-welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Viele haben uns gebeten, dass wir mal was zum Douglas-Börsengang sagen sollen. Bis 19. März könnt ihr dabei einigen Brokern zeichnen, zum Beispiel bei Consos oder der Deutschen Bank. Die Preisspanne liegt bei 26 bis 30 Euro je Aktie und damit hätte Douglas eine Bewertung von bis zu 3,1 Milliarden Euro. Die Frage ist nur, ob ihr einen Einzelhändler in eurem Portfolio haben wollt, selbst wenn es ein Spezial-Einzelhändler ist. So wie wir das sehen, hält sich die Begeisterung der Community bisher in Grenzen. Wir werden uns das in den nächsten Tagen mal genauer anschauen. Und dann gab es natürlich noch einige Fragen zum Thema Wertpapiersparpläne bei Märkten auf Allzeithoch. Zum Beispiel von Hörer Oliver. Wenn die Indizes so hoch stehen, soll ich dann meinen Sparplan aussetzen, herabsetzen oder die Anteile sogar verkaufen? So Oliver, das kommt jetzt darauf an, ob du ein Basis-Investment meinst, zum Beispiel MSCI World, der läuft immer. So, da wird auch nicht irgendwie ausgesetzt, erhöht, verkleinert, weil dann immer eine Timing-Sache angeht. Anders sieht das natürlich aus, wenn du jetzt so kleine, freakigere ETFs hast mit so Spezialthemen wie Künstliche Intelligenz oder wenn du gar Aktiensparpläne hast. Da kann man mal drüber nachdenken, dass man auch mal eine Rate irgendwie kleiner macht oder einen anderen Rhythmus einstellt, beispielsweise von 100 auf 75, das reduziert. Das kann man dann schon mal tun. Aber was man nicht tun sollte, ist, nicht mehr alles auf Aktien zu hören. Und deswegen dranbleiben heißt die Devise und das heißt auch alles auf Aktien. Daher abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.